Aus meiner Sicht ist Dieter Bohlen dort auf russische Propaganda reingefallen. So klar muss man das sagen. Also zunächst einmal, diejenigen, die gegen Sanktionen argumentieren, die müssen zu Wort kommen. Und es ist auch wichtig, dass es diese Debatte gibt über Sinnhaftigkeit oder Nicht-Sinnhaftigkeit von Sanktionen. Aber die Art und Weise, wie Dieter Bohlen über diesen Krieg spricht, über Wladimir Putin spricht, auch über die Ukraine spricht, die weist doch auf, dass er sich damit offenbar nicht wirklich beschäftigt hat. Dieter Bohlen sagt, man muss diesen Krieg beenden. Ja, natürlich muss man diesen Krieg beenden. Aber wer kann den Krieg beenden? Wladimir Putin, nämlich indem er sagt, raus aus der Ukraine, Truppen raus und der Krieg wäre beendet. Also ich glaube, dass das sehr gefährlich ist, vor allem wie Dieter Bohlen hier formuliert hat.